Mein Name ist Jakob Rattner, ich bin der künstlerische Leiter von KAYE LIBRE. Das KAYE LIBRE Festival ist Mitteleuropas größtes Street Art Festival. Wir bemalen in Wien große, mittelgroße und kleine Weißerwände und beanschalten noch ein umfangreiches Rahmenprogramm, Workshops, Touren, Events, Musik etc. Das Ziel des Festivals ist es die Stadt zu verschönern und einen interkulturellen Dialog herzustellen zwischen nationalen und internationalen Künstlern einerseits und zwischen den Künstlern und der Bevölkerung andererseits. Wir suchen aus allen Teilen der Welt Künstlerinnen herzubekommen. Euer, glaube ich, sind drei Kontinente. Hallo, mein Name ist Sandro Battagliani, ich bin von Georgiä und wir organisieren Street Art Festival Pico Group. Es ist nicht nur in einer Stadt, sondern wir arbeiten in fast 11 Regionen. Und wir versuchen auch die jüngeren Generation in unsere Projekt. Wir haben ein kleiner Festivall für junge Leute, die keine Erfahrung haben. Wir ermöglichen die jüngeren Leute, die jüngeren Generation haben. Die jüngeren Generationen von diesem Festivall haben uns ein paar Jahre vorhin besucht. Sie haben uns in Georgiä. Und nach einem Zeitpunkt, sie haben uns zurückgezogen und wollten die jüngeren Artikeln. So, jetzt ist unsere Georgiäin Artikel, Dante, hier schnauert. Und später, in September, in der Ende September, ein Austriamer duo, Linde Steiner und Axel, hier kommen wir in Georgiä. Wir sind ehrenamtlich organisiert. Wir haben ein Kernteam, aber suchen natürlich immer helfende Hände. Also bewerbt euch jetzt bei Kai Libre als Volontär. Ja, wir haben eine Woche voller Live-Paintings. Kommt vorbei, schaut vorbei, trefft die Künstler, kommt auf die Partys, macht bei den Workshops mit oder besorgt euch eins unserer coolen Shirts. Wir freuen uns auf euch. Wir sind hier bei der Superbude, mitten in der Leopoldstadt, im zweiten Wiener Gemeindebezirk und wir bemalen zehn Wände und man kann vorbeikommen, man kann den Künstlern zusehen. Wir haben eine Blockparty, eine Closingparty und Workshops.